Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Fast 3000 Raketen und Drohnen, 8500 gesteuerte Bomben, all das hat die Ukraine allein in diesem Jahr aus Russland erdulden müssen. Und wir haben erst April. Der ukrainische Präsident legt die Bilanz des Schreckens heute auf den Tisch der NATO, die zum Krisentreffen getrommelt hat. Und Volodymyr Zelenskyy bittet nicht mehr, er fordert auch nicht mehr. Er klingt beinahe schon resigniert, wenn er warnt, sein Land könne es sich nicht länger leisten, auf Entscheidungen der westlichen Alliierten zu warten. Es steht jetzt wieder die reale Möglichkeit im Raum, dass die Ukraine diesen Krieg verliert. Ist es 5 vor 12 oder schon später? Florian Neuhahn aus Brüssel, wo der Westen mehr Luftabwehr verspricht. Für den Besucher aus Deutschland beginnt der Tag im Luftschutzkeller. Raketenalarm in Kiew. Vizekanzler Habeck erlebt ukrainischen Alltag. Der andernorts mal wieder so aussieht. Dnipro, Ostukraine. Alleine hier töten russische Raketen heute zwei Menschen, im ganzen Land neun. Die Ukraine kann russischen Luftangriffen nichts mehr entgegensetzen. Und ihr Präsident muss täglich neue Worte für sein Flehen finden. Heute bei einer Krisensitzung mit den NATO-Verteidigungsministern. Es ist offensichtlich, dass die Ukraine alleine sich nicht gegen russischen Terror wehren kann. In diesem Jahr können wir nicht mehr darauf warten, dass Entscheidungen getroffen werden. Etwa die Entscheidung, Patriots zu liefern. Ein hochmodernes Luftabwehrsystem, das Raketen auch aus großer Entfernung abschießen kann. Deutschland hatte einmal zwölf dieser Patriot-Systeme. Zwei sind bereits in der Ukraine. Ein weiteres seit dem Wochenende unterwegs. Jetzt steigt der Druck, nachzuziehen, auf Länder, die ebenfalls Patriots besitzen. Von Spanien über die Niederlande bis Polen. Dort sind zwei Patriot-Einheiten in Dscherzuv, in der Nähe der Ukraine, stationiert. Die Ukraine hätte gern eines davon. Und jedes Land muss abwägen, wie weit es die eigene Verteidigung schwächt, um der Ukraine zu helfen. Wenn die NATO-Mitgliedstaaten keinen anderen Weg finden, um der Ukraine die nötigen Waffen zu geben, dann müssen wir dieses Risiko eingehen. In den nächsten Tagen, sagt der Generalsekretär, würden NATO-Staaten Waffenlieferungen bekannt geben. Wenn Russland diesen Krieg gewinnen sollte, dann würden die Kosten, die jeder einzelne Mitgliedstaat tragen müsse für seine eigene Verteidigung, unweit höher sein. Und dann wäre natürlich auch das Risiko einer Ausbreitung des Krieges in ganz Europa ein sehr, sehr anderes. Es war die Woche der Krisensitzungen. Am Mittwoch fleht der ukrainische Präsident Zelensky beim EU-Gipfel die Staats- und Regierungschefs um Hilfe an. Am Donnerstag sein Außenminister Kuleba, die Chefdiplomaten der G7-Staaten in Capri, Italien. Am Freitag wieder Zelensky, die NATO. Am Ende der Woche bleibt ihm ein vages Versprechen. Und ansonsten Bilder des bitteren ukrainischen Alltags. Wir erreichen den deutschen Vizekanzler und Wirtschaftsminister unterwegs aus der Ukraine in Richtung Chisinau, der Hauptstadt von Moldau. Guten Abend, Herr Habeck. Guten Abend nach Deutschland. Es gibt jetzt sehr viele Warnungen von der NATO, heute ganz aktuell vom CIA-Chef. Die Ukraine sei auf dem Weg, diesen Krieg zu verlieren. Wie konnte es soweit kommen, zwei Jahre nach der zweiten Wende? Vor zwei Jahren wurde unterlassen, eine kontinuierliche Produktion an Munition und Kriegsgerät hochzuziehen. Also man hat geliefert, was man hatte und hat gedacht, naja, das muss dann ja wohl reichen. Aber was gebraucht würde oder hätte werden sollen, ich weiß gar nicht, wie viele Konjunktive ich hier machen soll, ist eine dauerhafte Abnahme für eine größere Produktion. Für Deutschland bedeutet das, dass man Aufträge auslösen muss. Ja, es ist nach dem deutschen Grundgesetz nicht möglich, dass irgendeine Firma irgendwas produziert. Irgendeiner baut 10.000 Panzer und sagt, Leute, wir haben 10.000 Panzer, wer will die günstig haben? Wir können ja keine Kriegsgüter exportieren, um die Rüstung am Laufen zu halten. Also das sind ja Kriegsgüter, deswegen muss es immer einen Auftrag geben, den das Bundessicherheitskabinett prüft. Und dieser Auftrag ist nicht ausgelöst worden. So konnte es passieren. Das ist die Erklärung, aber nicht die Entschuldigung. Das ist natürlich ein strategischer Fehler gewesen. Und warum ist in den zwei Jahren danach nicht viel mehr passiert? Denn es gibt ja immer noch das Problem, dass nicht genug Munition zum Beispiel da ist, nicht genug Luftabwehr für die Ukraine. Das wäre jetzt Spekulation. Ich bin ja kein Militär, aber es scheint mir so, dass im letzten Jahr gedacht wurde, da war ich ja, ich war vor genau einem Jahr in der Ukraine, im Sommer kommt die Offensive und mit den Leopardpanzern und den anderen Panzern, die geliefert wurden, wird das schon irgendwie klappen. Und dann ist es vielleicht vorbei. Das hat sich nicht bewahrheitet. Also auch eine Fehleinschätzung dessen, was möglich ist oder dessen, was erreicht werden konnte. So und jetzt gibt es eine Lücke. Diese Lücke ist aber endlich. Das will ich dazu sagen. Ich habe ja jetzt ganz viel mit Zelensky und mit den anderen gesprochen. Im Moment ist es eine wirklich, wie soll ich sagen, angespannte Situation. Das heißt, alle Länder, die helfen können, müssen jetzt helfen. Nicht in fünf Monaten oder in zehn Monaten, wenn noch irgendwo Munitionsbestände sind, wenn man noch irgendwo ein Luftabwehrsystem übergeben kann, wie wir es jetzt mit den Patriots gemacht haben. Dann muss man es jetzt tun. Zum Sommer aber hin, da wird es schon besser werden. Jetzt ist es aber so, dass der Präsident, Sie haben Zelensky gerade angesprochen und ja auch getroffen, Herr Habeck, zunehmend, wie soll ich sagen, gedämpft klingt, beinahe deprimiert schon. Er sagt, 18 Tote gerade wieder, die hätten mit ausreichender Luftabwehr verhindert werden können. Und der Präsident fragt auch, warum kann die westliche Welt Israel, wie wir es ja gerade gesehen haben, so effektiv helfen in der Abwehr derselben Drohnen, die die Ukraine treffen? Was antworten Sie ihm? Nun, moralisch kann man das schwer unterscheiden. Aber die Antwort ist natürlich, dass Russland eine Atommacht ist, die kriegsbereit ist. Und auch, wie wir in der Ukraine sehen, nicht zögert, seine Truppen einzusetzen. Putin ist bereit, Menschenleben zu opfern, ohne Rücksicht auf Verluste und zwar auch die eigenen. Das ist der strategische Unterschied. Wir haben immer gesagt, wir werden nicht Kriegspartei werden. Und das definiert sozusagen den Unterschied dazwischen. Es ist dann tatsächlich so, dass die Ukraine getroffen wird von Raketen, die durchgehen, obwohl das System eigentlich gut ist. Also die Trias aus Patriots-Raketen, IRIS-T und Gepard-Panzern funktioniert eigentlich sehr gut. Sie sind auch sehr dankbar, was Deutschland geliefert hat. Aber es ist zu wenig. Bei dem massiven Angriff, den Russland jetzt startet, bei den vielen Raketen, reicht es einfach nicht. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie deutlich es ist, was ich sagen soll. Aber die Zahlen sind bekannt, wie viele Patriots-Systeme zum Beispiel die Länder haben. Und wenn man die ins Verhältnis zu Deutschland setzt, also ich weiß, welche Länder noch mehr geben könnten. Und diese Länder wissen es auch. Sagen Sie es doch mal bitte, Herr Habeck. Und der Schritt, den Annalena Baerbock und Boris Kuturius jetzt gegangen sind. Ich würde mich freuen, wenn die USA ein Stück weit noch sich bereit erklären würde, von ihren 60 Patriots-Raketensystemen einen Teil jetzt der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Morgen will das US-Repräsentantenhaus hier abstimmen über dieses superwichtige 60-Milliarden-Paket für die Ukraine. Sollte es da eine Ablehnung geben, kann es dann überhaupt noch weitergehen ohne die USA, ohne 60 Milliarden? Ja, natürlich kann es dann weitergehen. Dann müssen eben andere Länder noch mehr leisten. Jetzt ist es ja nicht nur so, Herr Habeck, dass die Waffen fehlen, die Abwehr fehlt. Auch der Glaube, das Blatt wenden zu können, nimmt dramatisch ab in der Ukraine. Sie haben Gespräche geführt. Jeder, der dort Gespräche führt, hört das. Die Moral, wenn man so will, wird zum Problem. Aber auch bei den Soldaten. Nach dem Motto, warum soll ich mein Leben riskieren, wenn wir es ohnehin nicht mehr so richtig schaffen können. Ist das am Ende das größte Problem? Nein, das ist das gleiche Problem, wenn die Soldaten an der Front das Gefühl haben, wir sind da, aber wir haben nicht genug Munition. Also da kommt ein Panzer auf mich zu, ich könnte ihn abschießen, ich könnte mein Leben verteidigen und das meiner Kameraden. Aber wer weiß, ob danach nicht der nächste Panzer kommt, der noch gefährlicher ist, dann hebe ich lieber den einen Schuss, den ich habe, auf. Das ist natürlich kein Motivator für die kämpfenden Truppen. Und so ungefähr ist es. Aber es ist das gleiche Problem. Haben wir genug Munition? Liefern wir genug Systeme? Ist die Moral sofort wieder da? Die Patriots haben jetzt schon einen Unterschied gemacht und das ist nur das eine System. Und noch einmal, die Ukraine weiß selber auch, dass es jetzt eine schwierige Phase ist, aber es ist eine Phase. Die Tschechische Republik hat auf dem ganzen Weltmarkt 500.000 Schuss, 155 Munitionen angekauft. Das sind die Artillerie-Munitionstypen, die sie jetzt alle brauchen. In allen Lagerbeständen kann man noch mal gucken. Ich habe selbst gesehen, wie diese Artillerie-Geschosse verladen wurden. Also da kommt jetzt was nach. Allerdings im Moment zu wenig. Aber es wird anziehen. Zum Sommer hin wird es anziehen. Das weiß die Ukraine auch. Noch einmal, ich will einen Satz dazu sagen. Wir reden hier permanent über Waffen, Waffensysteme, über Kriegsgerät und über das Durchhalten an der Front. Und das fällt mir überhaupt nicht leicht. Das hätte ich mir am Anfang der Legislatur weder gewünscht noch vorgestellt, dass ich mit ihnen ein Interview mache, wo ich werbend dafür spreche, ein Kriegsgerät zu liefern. Aber man muss sich einmal noch klar machen, warum dieser Krieg geführt wird. Putin will die liberale Demokratie in der Ukraine nicht zulassen und sie insgesamt destabilisieren. Wenn die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, also verliert, nicht selbstbestimmt die Bedingungen des Friedens verhandeln kann und Putin nicht den Erfolg kriegen kann, dass er mit Waffengewalt die Grenzverschiebung einheimst, das heißt ja nicht gewinnen an der Stelle, dann wird es weitergehen. Und deswegen sind alle, die die Demokratie verteidigen wollen, alle Länder, alle Regierungen noch einmal angehalten, die Ukraine jetzt zu unterstützen. Das sagt der deutsche Vizekanzler Robert Habeck von der Landstraße in Moldau. Herr Habeck, vielen Dank. Nochmal Grüße nach Deutschland. Schönen Abend. Und das Gespräch haben wir aus technischen Gründen vor einer Stunde aufgezeichnet. Die Politik der eindeutigen Uneindeutigkeit lieben sie in Israels Regierungen, seit langem schon. Die Politik der eindeutigen Uneindeutigkeit greift immer dann, wenn in der Region etwas passiert, hinter dem man Israel vermutet und dessen Armee und Geheimdienstvertreter schon auch ein Interesse haben, dass man ihnen sowas zutraut, es aber aus unterschiedlichen Gründen nicht wirklich zugeben wollen. Heute Nacht gab es eine Attacke auf Ziele in der Region Isfahan in Iran. Offiziell aus Israel dazu kein Kommentar, abgesehen vom üblichen wissenden Lächeln. In Israels Medien gehen alle davon aus, dass das eine Antwort war auf die iranischen Angriffe vom vergangenen Wochenende. Iran versucht die Sache herunterzuspielen nach dem Motto, es gibt hier nichts zu sehen. Die Welt bleibt dennoch hochgradig alarmiert. Anna Feist mit mir. Morgens um vier an diesem Freitag. Diese Bilder sollen zeigen, wie Luftabwehrsysteme Drohnen zerstören über dem Luftraum der iranischen Stadt Isfahan. Ganz in der Nähe Nuklearanlagen. Es ist Freitagmorgen 5.45 Uhr. Und wie ihr sehen könnt, hier ist alles sicher. Entwarnung auch von den staatlichen iranischen Medien. Es soll kaum Schäden gegeben haben. Zeitgleich in Tel Aviv. Hat Israel an diesem Morgen den Iran angegriffen? Kein Kommentar, nur ein Tweet von Israels Minister für nationale Sicherheit Ben Gwir lässt Raum für Spekulationen. Sein Kommentar zum Angriff? Schwach. Das sehen ausgerechnet die Hardliner in Teheran ganz ähnlich. Israel hier klar die Schuldigen. Und feige seien sie auch noch. Ich glaube, die Israelis hatten einfach nicht den Mut, etwas Richtiges zu machen, nach dem erfolgreichen Angriff des Irans. Präsident Raisi findet den Angriff von morgen dann in seiner Ansprache nicht mal erwähnenswert. Von ihm nur Stolzbekundungen für den Angriff auf Israel vergangenen Sonntag. So schmückt sich die Stadt auch an diesem Tag weiter mit Vergeltung. Die unterschiedlichen Langstreckenraketen, die auf Israel abgefeuert wurden, übergroß. Darunter die Botschaft, Israel ist fragiler als ein Spinnennetz. Und dann steht da noch, der nächste Schlag wird härter. Am Nachmittag im italienischen Capri beim Außenministertreffen der G7-Staaten. Tagesordnungspunkt 1. Sichtlich bemühte Diplomatie. Wir engagieren uns für Israels Sicherheit und wir engagieren uns für eine Deeskalation. Weder die Menschen in Israel oder in Iran noch in Drittstaaten der Region wollen in eine Katastrophe gestürzt werden. Doch hier auf den Straßen Teherans hält sich die Hoffnung auf eine baldige friedliche Beilegung des Konflikts in Grenzen. Sie machen Krieg wegen nichts. Dabei wäre Frieden viel besser. Aber irgendwie kriegen sie das mit dem Frieden nicht zusammen hin. Es bleibt die quälende Frage, der nächste Schlag, wann wird er folgen? Nachfrage bei einem, der sich auskennt. Ich würde sagen, die erste Runde zwischen Iran und Israel ist beendet. Iran kann sagen, dass die israelische Operation so klein ausgefallen ist. Das liegt darin, dass Israel so große Angst hat vor weiterer Vergeltung. Und insofern kann der Iran sagen, wir haben die erste Runde gewonnen. Und der Sieger, so die krude Logik der iranischen Regierung, müsse erstmal nicht weiter zurückschlagen. Da gucken wir jetzt auf das Ganze aus israelischer Sicht mit Anne Brühl in Tel Aviv. Guten Abend, Anne. Das jüdische Pessach-Fest steht vor der Tür. Ist denn davon auszugehen, dass die Eskalationsspirale damit erstmal gestoppt sein könnte? Davon gehen hier wirklich alle aus. Die Stadt ist schon ein bisschen in Feierstimmung, wie man hinter mir ja auch sieht. Das israelische Militär hat heute Morgen schon gesagt, der Zivilschutz, der werde nicht verstärkt. Man geht also davon aus, es wird keine iranische Reaktion geben. Dass Israel reagieren würde, das war klar. Das ist jetzt offenbar passiert. Sehr gezielt. Eigentlich in einem sehr kleinen Umfang auf eine Militäranlage in Isfahan. Isfahan, der Ort, von dem vermutlich auch die Angriffe auf Israel vom vergangenen Wochenende gestartet wurden. Isfahan, wo es Waffenfabriken, Nuklearfabriken gibt, die Israel eben nicht angegriffen hat. Das wird als kluger Schachzug hier von Beobachtern gewertet. Und auch, dass Iran damit gesichtswahrend aus dieser Sache herauskommen könnte. Und noch etwas ist entscheidend für Israel. Der Regierungschef Netanyahu, der hat sich aus so einem Art Dilemma befreien können. Zum einen klug und zeitnah auf den iranischen Angriff zu reagieren. Und zum anderen dann aber eben auch den internationalen Warnungen, auch aus arabischen Staaten Rechnung zu tragen, die ihn zur Mäßigung aufgerufen haben. Die Analyse von Anne Brühl, ZDF Tel Aviv. Vielen Dank. Und wir bleiben noch beim Thema im Moment mit dir, Hannah. Die EU hat erstmals Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland verhängt, die mit Gewalt gegen Palästinenser vorgegangen sind. Die Sanktionen richten sich gegen vier Männer, denen unter anderem schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, darunter Folter und Erniedrigungen. Zudem wurden die radikale Jugendgruppe Hilltop Youth und eine rechtsradikale jüdische Gruppe in die Sanktionsliste aufgenommen. Die USA haben mit einem Veto eine Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen verhindert. Im UN-Sicherheitsrat stimmten zwölf Mitglieder für die Aufnahme. Großbritannien und die Schweiz enthielten sich. Der stellvertretende US-Botschafter erklärte, vor einer Aufnahme in die UN müsse es zunächst eine Einigung mit Israel über eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Rechtsextrem motivierte Straftaten haben 2023 deutlich zugenommen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der linken Gruppe im Bundestag hervor. Demnach wurden 2022 noch knapp 23.500 Straftaten im Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts erfasst. 2023 stieg die Zahl auf fast 29.000. Es wurden auch mehr rechtsextreme Gewalttaten sowie antisemitische Straftaten gezählt. Insbesondere seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober. Die finale Statistik wird im Mai vorgestellt. Im Verdacht rund um mögliche Geldzahlungen, die der AfD-Bundestagsabgeordneter Bistron aus russlandnahen Quellen erhalten haben soll, gibt es neue Hinweise. Nach Recherchen einer tschechischen Zeitung, an denen unter anderem auch die ARD beteiligt war, sollen Audioaufnahmen eine Geldübergabe belegen. Der tschechische Inlandsgeheimdienst soll die Mitschnitte Abgeordneten des Prager Parlaments vorgelegt haben. Bistron, der für die Europawahl kandidiert, streitet die Vorwürfe weiterhin ab. Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel sind Kreml-Kritikerin Julia Nawalnaja und ihr verstorbener Mann Alexej Nawalny mit dem Freiheitspreis der Medien geehrt worden. Das Ehepaar werde für seinen mutigen und gewaltfreien Kampf gegen eine brutale Diktatur geehrt, so die Jury. Nawalnaja versicherte, sie werde weiter für die Freiheit der Medien kämpfen, so wie ihr Mann. Zudem kündigte sie an, Russen Zugang zu unzensierten Informationen zu ermöglichen. 18 Uhr schließen die Wahllokale, unmittelbar danach die erste Prognose. In der Nacht meist das vorläufige amtliche Endergebnis. So laufen Wahlen bei uns. In Indien läuft es ein wenig anders. Heute beginnt die Parlamentswahl dort. In eineinhalb Monaten ist sie vorbei. Indien ist die größte Demokratie der Erde. Die Abstimmung ab heute die größte Parlamentswahl der Erde. 970 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wer gewinnt, das scheint nach allen Expertenmeinungen klar zu sein. Der Alte wird wohl auch wieder der Neue. Narendra Modi dürfte Premierminister bleiben und damit das Land weiter nach seinen Vorstellungen umbauen. Johannes Harnow berichtet. Allein die logistischen Herausforderungen, jedem Bürger eine Stimmabgabe zu ermöglichen, sind enorm. Von den Megacities wie Delhi oder Mumbai bis in die entlegensten Winkel des Subkontinents müssen in den nächsten Wochen mehr als 5 Millionen elektronische Wahlmaschinen transportiert werden. Oft an Orte, an denen die Wahlhelfer mit Problemen konfrontiert sind, die es sowohl nur in Indien gibt. Unser Wahllokal ist völlig unsicher. In der Gegend gibt es so viele Elefanten. Sie haben gerade zwei Häuser zerstört und mehrere Menschen getötet. Die logistischen Herausforderungen einzigartig. Politisch steht die indische Demokratie vor einer Richtungsentscheidung. Von seinen Anhängern wird er fast wie ein Gott verehrt. Der amtierende Regierungschef Narendra Modi ist in der Bevölkerung beliebt wie kein anderer Politiker. Und das habe einen Grund, erklärt uns sein Biograf. Herr Modi ist sehr beliebt und genießt in der Bevölkerung große Unterstützung, weil er die Politik eines hinduistischen Nationalismus vorantreibt. Hindutva wird diese Politik genannt. Hindus zuerst. Modi inszeniert sich als Beschützer und Bewahrer der Hindu-Kultur, ist dabei, Indien in eine Art religiös-nationalistischen Hindu-Staat zu verwandeln. Religiöse Minderheiten seien zwar willkommen, aber sie müssten sich an eine grundlegende Bedingung halten. Sie glauben, dass jeder, der sich selbst als Bürger Indiens sieht, sich auch als Hindu betrachten muss. Denn in ihrer Definition ist Hinduismus nicht nur eine Religion, sondern auch die Leitkultur. Die größte Minderheit im Land, die über 200 Millionen Muslime, fühlen sich in Modi's Indien immer weiter an den Rand gedrängt. Immer öfter werden Moscheen, wie hier in Delhi, in Nacht- und Nebelaktionen dem Erdboden gleichgemacht. Viele Muslime tiefer unsichert. Das Schönste an Indien ist seine Diversität, aber die wird gerade zermalmt. Die Muslims sind dabei das größte Opfer. Um die Vision eines Hindu-Staates zu verwirklichen, bräuchte es aber eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Modi setzt dabei auf ein Bündnis mit kleineren Parteien und einen Frontalangriff auf die Opposition. Unsere Koalition wird die Korruption beseitigen. Der andere Block will sie verteidigen. Ihr müsst euch entscheiden. Mehrere Führer von Oppositionsparteien wurden vor der Wahl wegen angeblicher Korruption verhaftet. Der Kongresspartei von Moody's größten Konkurrenten Raul Gandhi wurde im Wahlkampf über Wochen der Zugriff auf die eigenen Bankkonten geblockt. Gandhi sieht Indien vor einer Schicksalswahl. Wenn die BJP diese manipulierten Wahlen gewinnt und dann die Verfassung ändert, dann wird das ganze Land in Flammen stehen. Nach Umfragen spricht derzeit alles dafür, dass Narendra Modi und seine Hindu-Nationalisten die Wahl wohl gewinnen werden. Die Frage ist, ob es zur Zweidrittelmehrheit reicht, um Indien in ein neues, ein hinduistisches Zeitalter zu führen. So, jetzt nochmal zurück zum Thema von vorhin hier, dass die Welt in Atem hält, auch die der Wirtschaft, Hanna. Ja, die Finanzmärkte haben heute weltweit nervös auf die Explosionen in Iran reagiert. Es herrscht Verunsicherung. Und eine weitere Eskalation könnte sich außerdem deutlich auf die Ölpreise auswirken, Frank Bethmann. Einen kleinen Vorgeschmack gab es heute schon, zumindest zwischenzeitlich. Ja, tatsächlich, der Nahostkonflikt hat vor allem am Rohölmarkt zu deutlichen Kursschwankungen geführt. Kein Wunder, die Region ist für ein Drittel des globalen Ölangebots verantwortlich. Die Meldungen, Israel habe einen Vergeltungsanschlag gegen den Iran geführt, trieb den Ölpreis zunächst um 4 Prozent nach oben, dann vieler wieder. Und trotzdem sagen Marktanalysten, der könnte wieder steigen bis auf 95 Dollar je Fass. Was, wenn die Situation zwischen dem Iran und Israel doch weiter eskaliert? Ausschließen mag das keiner. Der Iran ist einer der großen Ölproduzenten der OPEC. Würden Irans Fördermengen wegfallen, etwa durch Angriffe auf die Förderanlagen, könnten die Ölpreise schnell empfindlich anziehen. Zumal die Preise auch ganz ohne Konflikt bereits unter Druck stehen. Die Weltwirtschaft zieht an. Der Ölhunger steigt. Doch Saudi-Arabien und Co. produzieren derzeit nicht genug. Letztendlich könnte sich der Konflikt auch auf die Spritpreise auswirken. Gibt es da schon Hinweise? Wie die Ölpreise, so haben auch die Spritpreise seit Jahresanfang deutlich angezogen. Und noch etwas fällt auf. Im Laufe eines Tages schwanken die Preise an den Tankstellen viel stärker als früher. Preisunterschiede von bis zu 20 Cent pro Liter und das teilweise in kurzer Zeit sind keine Seltenheit. Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzungen. Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer. Sein Vertrag mit dem DFB wurde bis 2026 verlängert. Eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern ist damit endgültig vom Tisch. Wochenlang wurde über seine Zukunft spekuliert. Nun sagt Julian Nagelsmann ja zum DFB. Das ist eine Entscheidung des Herzens. Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren und mit den besten Spielern des Landes arbeiten zu dürfen. Nach der Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Völler vor elf Tagen nun auch Kontinuität auf dem Bundestrainerposten. Ich habe ja natürlich auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich gerne gehabt hätte, dass wir weiterhin mit Julian Nagelsmann arbeiten, weil er einfach ein unglaublich guter Trainer ist. Formkurve und Stimmung zeigen nach Siegen gegen die Niederlande und Frankreich nach oben. Am 26. Mai startet das DFB-Team in die Vorbereitung auf die Heimehe. So sah der Griechenlandurlaub auf Rhodos im vergangenen Juli aus. Verheerende Waldbrände. Über 20.000 Menschen mussten damals evakuiert werden. Jetzt bietet die griechische Regierung Touristen, die ihren Hotelurlaub abbrechen mussten, Entschädigung in Geld an. Viele Einheimische, die alles verloren haben, warten noch auf den Wiederaufbau. Gleichzeitig will sich Griechenland besser rüsten für künftige Brände. Andreas Postel ist auf Rhodos am Start in eine neue Saison. Die Touristen sind längst da auf Rhodos, die Sonneninsel in der Südägieis, in diesem Jahr sogar schon etwas früher auf Betriebstemperatur. Nach den verheerenden Bränden im vergangenen Sommer scheint der geneigte Nordeuropäer um die Hitze herumzubuchen. Das Klima ist bedrohlich. Ich mag es nicht, wenn es zu heiß wird. Mir gefällt es jetzt besser. Wir reisen grundsätzlich nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer haben wir es bei uns an der Nordsee und Ostsee am schönsten. Allerdings scheint auf Rhodos fast immer die Sonne. Und so sorgt der Fremdenverkehr hier für über 95 Prozent des lokalen Bruttoinlandsprodukts. Wie abhängig die Südägieis vom Tourismus ist, hat auch Anastasios Pesikas zu spüren bekommen, als er wegen der verheerenden Brände seine Taverne im vergangenen August schließen musste. Entschädigung gab es keine, die Kosten dagegen sind gestiegen. Die Rechnungen, die wir zu bezahlen haben, sind unglaublich hoch. Strom, Telefon, Wasser, alles ist sehr teuer geworden. Das kann man kaum stemmen. Wenn also während der Saison etwas schiefläuft, läuft auch in deinem Leben etwas schief. Wegen der hohen Inflation wird nicht nur er die Preise anheben müssen. Zudem wird erstmals für Hotelgäste eine Nachhaltigkeitsgebühr fällig. Die Touristikunternehmen erwarten die Saison mit größter Nervosität. Wir fangen den größten Teil der Preissteigerungen auf. Das zeigen schon die Gewinnbilanzen der Hotels. Was am Ende des Tages übrig bleibt, ist prozentual geringer, gemessen an den erhöhten Einnahmen. Das belegt, dass die Gewinnmargen unserer Unternehmen schrumpfen. Um die Folgen der Brände zu lindern, hatte die griechische Regierung Maßnahmen angekündigt, von Reisegutschein bis hin zu nachhaltigen Reformen. Und so soll Rodos zum Pilotprojekt für klima- und ressourcenschonenden Tourismus umgebaut werden. Allen Befürchtungen und Preissteigerungen zum Trotz Griechenlands Reisebranche hofft für 2024 auf einen neuen Rekord. Die Buchungen liegen schon jetzt bei 10 Prozent über dem Vorjahresniveau. Und trotz Bränden und extremer Temperaturen war das vergangene Jahr bereits ein Rekordjahr für den griechischen Tourismus. Fast 33 Millionen Urlauber, deutlich mehr als vor der Pandemie. Die größte Griechenlandsehnsucht übrigens hatten die Deutschen. Und damit danke für heute, gern bis morgen, gleich die Heute-Show. Und gegen 0.15 Uhr meldet sich dann Nazan Gagdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Tschüss. Tschüss. Guten Abend. Ihre empfindlichen Pflanzen sollten Sie schützen. Schon heute Nacht droht verbreitet Bodenfrost. Bis Dienstag aber setzt sich die Frostluft aus dem Osten auch in Westdeutschland durch. Und dann gibt es verbreitet Luftfrost. Frost in zwei Meter Höhe von minus 1 bis minus 4 Grad. Wenn wir über Frost sprechen, dann sprechen wir auch häufig über Schnee. Aktuell schneit es ja hier am Alpenrand. Aber es wird auch noch interessant, was dieses kleine namenlose Tief hier macht. Das startet morgen an der norwegischen Küste, erreicht bereits mittags die ostfriesischen Inseln und dann zum Abend auch das Sauerland. Und auch das bringt wieder Schnee mit. Das sehen Sie an dieser rosa Farbe zumindest mal in den Mittelgebirgen. Schneeregen und Graupelschauer und einzelne Gewitter gibt es schon wieder in dieser Nacht. Es kann auch glatt sein auf den Straßen. Die Schneefallgrenze liegt so etwa bei 600 Meter. Morgen liegt die Schneefallgrenze bei 700 Meter und am längsten schneit es noch am Alpenrand. Freund, hier wird es hier nordöstlich der Elbe. Und dann kommt dieses neue kleine Tief heran, bringt wieder Schneeregen, Schauer und auch Gewitter mit. Und an den Temperaturen wird sich gegenüber heute wenig ändern. Die liegen morgen zwischen 4 Grad am Alpenrand und 11 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Der Sonntag bringt uns ganz ähnliches Wetter. Auch die neue Woche startet noch so wechselhaft. Der Dienstag wird dann allerdings schon deutlich freundlicher und der Mittwoch auch milder. Und dieser Trend setzt sich, wie Sie hier am Trend für Berlin sehen können, wohl fort. Und auch die Nächte werden dann milder. Guten Abend.